Guten Tag Leute, hier sind wir mal wieder mit mir, Ducem und wir sind in einem Livestream natürlich mit Kitty Cats und noch zwei anderen Leuten. Und ja, wir zocken einfach mal ein bisschen Smite hier, das verfahrenmäßig und schauen mal was es wird. Oh, man hört mich gar nicht im Stream, sorry. Outscouting Targets. Oh, man hört mich gar nicht. A mighty sword! Hey! You are one of the program. boah hat kein mana mehr auch kein escape mehr wo ist der hin da war er auch kein mana mehr das schlecht war es gleich passt auf ja ich halte mich fern ich hab das item nicht gekauft ja ich muss mal ganz fix back ja wenn er ist total übersehen dass das an aris drin ist ja ich hoffe deswegen ja ich gehe direkt mit der ulti durch wenn aris drin ja da ist er boah fuck it mein stun hat noch nicht mehr mehr gewirkt er ja da geht nicht verdammt ja jetzt erstmal ein paar dings kaufen wo ist es? ähm nein wo ist es da... ach ja alter nice war das jetzt zwar gerade ulti base von mir aber... war ok es ist immer gut wenn man sich so ein first also so am anfang einfach ein kill sich hat als assassin weißt du oder wer war das gerade? ne ne nur war meine ulti die ist jetzt nach dem kill gewesen ist egal waris hat jetzt ulti ja mein item ist bereit sooo ihr müsst euch so schnell wie es geht beats auf 5 holen auf 3 meinst auf 3 auf 3 auf... habe ich gut vorsicht raus Leute raus 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 ich bin so tot ich hab keine Ahnung mehr ich hab keine Ahnung mehr Lass jetzt, komm sofort, schau mir Beats Dann hol ich mir den rechten Speed-Buff Vor ist rechts Können wir auf Tor? Keine Ulti, leider Scheiße Na egal, ich hab den Boah Ah, links hat die Ulti versetzt Schmuskelzeug Zauber, Digga Scheiße, scheiße, scheiße Hab ich genug Geld für, wie es gab Rettwurff Ja, ich komme Vorsicht, Tor, macht was Ja, Tor, kommt von unten Ah, Retreat Oh, Minions, Minions Aus Ja, 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 ne Die Schuhe Aris Aris Tschüss Sauber Oh Nein Nein Ich hab den Speed geklaut Sauber Danke Danke Stammt Scheiße, kein Mann einmal Ah, ich bin so tot Doch nicht Danke Nein, was war das denn? Oh, Ulti Oh, Ulti Komm, ich komm, ich komm Hilfe links Boah, verdammt Alter Schwede Hätte das gedacht Scheiße, das Das Game ist Verdammt Oh, Shit Oh, Shit Wir haben extrem viel Substain Irgendwie Oder kommt man das nur so vor Ich weiß nicht Wir haben so extrem viel Substain Haben Gegner Ja, wegen Tor und Ra Ja Sehr schön Ah, lieber nicht Nächste Minion Ich weiß nicht Ob das daran liegt Dass Gitter so klein ist Aber ich verliere die immer aus den Augen Ja, okay Möglich Oh, ist hinter euch Das war knapp für mich Das war knapp Das war knapp Oh, ich wollte noch davor springen Ja, da kam kein Help oder so Und Ja, die Ulti Ja, die Ulti Wirst du so schnell Help schreien Ja, zur dritte Zeit Ja, zur dritte Zeit Boah Daneben Boah Springt der voll drüber anscheinend Direkt raus, ey Irgendwie war das voll verpackt gerade Hoi Ich bin drin Ich bin drin Es wird nichts Die 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 Ah, feine Güter! Wah! Ach nein, ich habe überhaupt gar nicht drauf geguckt. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ja. Boah. Hier, 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 hier. Ehe sie rauskommen, ja. Ja, darum macht die Meike nur Sorgen. Gleichstand. Ich glaube 50 Sekunden auf Red, ihr könnt ruhig Speed-Buff nehmen. Je mehr, du kannst Blue-Buff holen, links, ne? Für Cooldown. Ja gut, sehr gut. Ja, also. Er macht gar keinen Schaden, Aris. Oh, hätt' ich jetzt ne Ulti, wo? Ja. Ja, ist das schön. Achso. Kriegst'n Stun raus wie mehr auf Niv? Ähm, noch zwei Sekunden. Zwei, eins. Jo. Also ich fühl mich mit Nuva irgendwie wie so'n Supporter. Ja, Jasmin, kommst du raus? Oh, ja. Wollen wir den linken Speedboff jetzt, ja? Jo. Boah, ne. Scheiße. Klamisch immer weg. Oh, Mitte-Deffen, Leute. Ja. Sauber, Jasmin. Oh, sehr schön. Oh, nice. Was? Genau. Hahahaha. Ahja. Schhh. Una, Stun. Och. Ja. Boah. ja deswegen braucht links kein hoc alle reaktionen die macht mir half alter ja die hat dingens würde ich mal sagen so riva krass ist ja jetzt draußen ja scheiße bringen wir da jemanden und hier kommt sehr schön komm schon triple haste trip habe ich triple nein double aha scheiße der ist ein ap langsamer wurde gewastet genau weil habe ich jetzt auch kein beats richtig denke wir uns ein bisschen aufpassen ich meine erst zwar stark aber er ist auch mega squishy kommst du raus in mir naja ich komm noch raus dicke oh ok oh sie ist gejumpt ja sie ist tot ja oh nicht ich hab ne ulti Oh, Alter Back Keiner, hallo Braucht den Speed Buff da rechts Links ist der, aber Ach, tschuldigung Problem, diese Koordinationsschwierigkeiten habe ich auch Achtung, die kommen dann zu euch, ich komme auch Loll Boah, macht gar keinen Schaden Können wir rein da? Ah, scheiße Tor hinter mir Boah, 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 boah Perfekt, sehr schön Ich gehe gerade B Also passt es an Ja Ja, das war auf jeden Fall ein Hammerplay, wa Leute? Ja Muss Ach, schade Ach, schade Kann der, kann der bitte Blink gehen? Was gehen? Schön Warte Ja, ich konnte nichts machen Ich konnte nichts machen Wann ist du Kampf Blink? Nein, normales Blink Achso Ja Boah, das war greedy Boah, das war greedy Boah, ich meine gerade Boah, ich meine gerade Boah, weil Blink in die Schirchen, weißt du? Ja Boah, blink rein und dann Stun Ja Ich brauch Ich hab gedacht, ich gehe erst Bloodforge und dann Rage, aber Trinkt hier nicht so viel Hier bist du mehr auf die Crits als für Lifestyle angewiesen Ähm Ja, ist, ist okay Ich mach Ulti, wo ich eigentlich immun sein sollte Gegen irgendwelche CC-Effekte, aber mein Ulti geht nicht raus Nice Auf jeden Sehr schön Perfekt So So Vielen Dank.